Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer am 9.1.2021. Habt ihr was gefunden heute bei mal wieder klar Mainstream Web News, wo ein Psychologe im Interview erklärt, warum wir am Lockdown zweifeln oder warum sich viele Menschen nicht daran halten. Auch da sage ich wieder aus meiner Sichtweise raus, komplett unterirdisch, oft ein Schlag in die Fresse. Wer es sich anschauen möchte, sehr gerne bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Web News TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren. Ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.